ja moin willkommen zurück zu adhaka zone patrol im im letzten doch im letzten video haben wir ja endlich den custodian wieder erweckt endlich diese computer rebooted und ich wusste dann ja nicht wo wir dann hin müssen weil der uns irgendwie wieder irgendwelche orte zeigt aber es ist auf der karte weil ich da glaube ich schon mal war hier in storm drain custodians bunker source source for both supplies and possibly information und das ist nämlich hier ich glaube da geht es los wenn man vom norden kommt dann muss man hier im warehouse und hier da waren wir nämlich schon mal und hier konnten wir nicht weiter hier ist die hatch und jetzt geht sie auf wir können rein weil hey okay holy shit what geht ada moin the custodian tavlo industries appreciates your cooperation further assistance may be requested in the future compensation is on offer global data feed will supply necessary in lintel intel take note feel free to implore about any further questions or concerns thank you and please enjoy the amenities can you tell me anything about the coral snake negative our records on that topic are outdated however we can refer refer you to an associate who may be of more assistance you can consult them at our lower offices follow the road west from the data center and head into the tunnel the door may be locked by a keypad simply listen to the spectre and you will be given special clearance oh and please mind the mess our sanitation department has been understaffed as of late what 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 ah because here she the custodian has referred to you uh have referred you to an associate who may know more about the coral snake find them in the lower offices of the haunt the haunt da brauche ich dann glaube ich den hazard suit wo ich noch drei artefakte brauche retention point of interest ah ja der bunker mit dem wolfskopf den haben wir schon gefunden was ist das okay ja doch ich weiß was das ist das ist im tisch da ist so ein silo wo man code für braucht wir haben die code hat aber nicht ja ich kriegen wir die codes für in in the haunt in den lower offices wofür wir wahrscheinlich den herzer zu wirklich brauchen aber immer in progress schreibt mal oder mal der custodian zeigt die lo in der tisch wofür wir ein wie code brauchen und zeigt das ist okay okay was will ich denn für eine waffe sniper nein so ok ich glaube wird dann nicht noch auf die suche nach drei artefakten begeben das mache ich glaube ich in der haunt weil wir da direkt wir müssen da wollen müssen ja dann noch den herzer zu kaufen aber vielleicht finde ich ja dann schon die eingänge oder so ich würde sagen wir treffen uns wieder wenn ich acht artefakte habe den herzer zu zu kaufen bis denn ja moin wieder da ich bin im in the haunt und ich habe eine tür gefunden will wir ein code brauchen und diesen code kriegt man wenn man lang genug diesem radio zuhört irgendwann kommt jemand der sagt speck da und dann sagt den code und ich hoffe ich habe das richtig verstanden weil es war nicht so leicht mir das zu merken 0 325 46 hier muss man echt einfach er kommt da drauf ich nicht ich habe nachgeguckt bin ich ehrlich dann weiter zu der tür zu der besagten also mein es ist ja geil in diesem spiel mit hinweisen finden den nachgehen und so aber teilweise sind die hinweise halt einfach für mich viel zu too much so komme ich die darauf ein bisschen zu krank 0 325 46 quest lock updated ist ja warum jetzt egal so 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 was ist hier ist nichts okay und einfach ein random radio lang genug zu hören muss ok das ist der zug oder was ach geil infested lokomotive ey moin servitor of shadows venture deeper and bear witness ok ok etf ok the companion was unable to follow you the bowels ich habe beide immer noch kein artefakt mehr gefunden weiß nicht ob ich jemals noch welche finden ok finden werde hier rüber oh god oh what the fuck ach du kacke nein ich wollte nicht runter scheiße kommt man hier wieder hoch nein aua aua okay nicht runterfallen gehen auf einer äh ich würde auf einer rippe sagen aber nein ja was ist das spine wirbelsäule auf einer wirbelsäule gehen wir lang ach oh erstmal hier lang das ist ne anomalie ach okay danke so neue waffe okay hier waren wir eben ach okay man hätte auch einfach hier lang gehen können doch hier ist noch was hey muni nehme ich da ist ein portal aber das will ich ja nicht nehmen weil dann kommen wir wieder irgendwo hin und ich kann wieder hier hinlaufen hier sind zwei dudes ja okay okay what ach so ein Viech ah cool ja geil ich bin fast tot ja wo ist er ja von wo okay holy shit ich gehe mal jetzt hier lang ach die respawn okay cool danke danke gehen wir mal hier rein Hilfe Hilfe okay okay das wird scheiße das wird scheiße alles klar ist jetzt ist ja es gibt einen dicken ach du kacke oh mein gott okay ist noch einer kommen wir jetzt sind wir hier jetzt sind wir hier oh echt anomalie man sieht halt nix oh schon wieder sowas wo bist du oh na klar na klar na klar jetzt wirst du hier ja ich versuche einfach mal vorbeizulaufen artefakt man sieht nichts man wird angegriffen keine ahnung in meinen artefakt haben wir sechs gehen wir mal woanders lang ich ignoriert zwar alle mal gucken ob das funktioniert hier ist doch noch ein ist doch irgendwo bringt aber nicht viel ok kommen die noch hier ja nein man nächste dicke nicht da meine fresse bin mir jetzt auch gar nicht mehr so sicher ob wir den herz dazu wirklich brauchen muss ich sagen so was ist hier ich sehe halt nichts wegen dem scheiß was ist hier jeder ist da hier okay habe ich doch gewusst was haben wir denn jetzt gemacht irgendwas bekommen ein ok jetzt kriegen wir aber nicht mehr schaden die ganze zeit nervig ich gehe direkt hier lang ja diese anomalie hier ist der dude irgendwo doch n4 was die sachen sind weiß ich auch nicht wofür braucht man hier eine batterie ich will den jetzt mal killen hier ist wahrscheinlich gar nichts mehr war ich muss ich den ganz killen auf einmal kriege ich einfach so schaden ich bin ok mein gott okay hier war nur ein artefakt mehr ist hier nicht oder was muss doch noch was sein associate wahrscheinlich eine batterie nein was das weiß ich ja nicht aber anscheinend es habe ich jetzt gemerkt gibt es davon halt mehrere n irgendwas n a c 07 note key das sind die note keys ok 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 jetzt verstehe ich wahrscheinlich vier oder fünf und dann geht vielleicht irgendein bunker auf oder so wenn wir die alle richtig einstellen ok note key 4 haben wir aber nicht aber das heißt wir müssen irgendwann noch mal hin und hier kann ich jetzt wieder nicht durch nur so durch schmerzen hier ist noch was anomalie bam du lappen hier ist wieder gar nichts ooooh hello the associate aha approach conscript alright i've come to ask about the being known as the chorus snake it sees all that occurs in this cursed place we know that you have come to ask but we must ask one thing of you why do you seek it i'm on a reconnaissance reconnaissance mission for no we care not for your taskmasters interests and it is clear that you do not either tell us what are your true motivations fine you're right fuck back i'm doing this for me those bastards think they've broken me made me a loyal drone who'll obey every order but i assure you it's no coincidence that i was put on this mission i've come to adaka for my own reasons mine alone now tell me where the fuck is this god damn snake you will find the coral snake where the heart of the zone meets the mind yay hey it's also here the doctor the one who built your arm i'm well aware but he's going to have to wait a bit longer hey is here dr chops or is this an anderer okay a coral snake is said to reside where the heart of the zone connects to the mine yay keine ahnung wo das sein soll und ich bin ehrlich ich glaube ich gucke einfach mal kurz nach was note key 4 ist weil ich habe keine lust hier noch mal hinzulaufen jup 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 guck nach und wir sehen uns in der nächsten folge wieder ja danke fürs einschalten ja was hat euch gefallen wieder mal progress gemacht mit ein bisschen hilfe gebe ich dazu aber ohne hilfe würde ich das würde ich irgendwann einfach nicht mal weiter kommen weil ich nicht auf die ideen kommen die man auf die man hier kommen muss naja danke fürs einschalten bis zum nächsten mal ciao ja 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 ja